Moin moin und herzlich willkommen zum nächsten Part von I Am Alive. Ja, wir sind wieder hier, nachdem ich in der letzten Episode so extrem gefailt habe. Ich habe keinerlei Ahnung, wie es hier nochmal weitergeht. Ach ja, genau, hier oben. Ja, wir müssen eine Menge von vorne machen, beziehungsweise ich. Und ich kletter hier gerade einen Scheiß zusammen. Ja, komm hoch. So, wunderbar. Ja, warum habe ich in den letzten Part versagt? Warum muss ich hier alles von vorne machen? Ganz einfach, diese Scheiße-Button-Smash-Events sind teilweise doch sehr, ja, eigenwillig. Ich meine, ich drücke da, was ich drücken soll und das tausendmal hintereinander. Und das ist dem Scheiß egal, es passiert nichts. Des Weiteren sind da Gegner, die, naja, sagen wir mal so, wenn die eine Knarre in der Hand haben, falls die, äh, falls ihr ja den letzten Part nicht gesehen haben solltet. Also, wenn der Gegner eine Knarre hat, kann man nicht im Nahkampf sie besiegen. Nein, man ist gezwungen, eine Knarre zu nehmen und man kann die Gegner erst im Nahkampf besiegen, wenn die auch im Nahkampf sind. Also, sprich, wenn die halt keine Fernkampfwaffe haben. Das finde ich sehr dumm und auch nicht wirklich toll gemacht. Also, ich finde es einfach nur bescheuert. Das nimmt dann schon einen Spaß weg, vor allem, wenn man dann kein, ähm, keine Wiederholung mehr hat. Und dann, wenn ich am Anfang des Epitels wieder starten muss, ist er schon sehr bescheuert. Ja, und deswegen sind wir wieder am Anfang des Epitels. So, diesmal klappt wenigstens diese Stelle 1a. Ja, wie das geht, äh, wissen wir beide jetzt. Also, wir beide. Weiß ich, äh, wisst ihr. Diese Stelle jetzt hier. Na, kommt doch. Hallo. Soll's da hoch. Doch, nicht nach links. Ähm, ja, genau nach links sollst du. Oh, meine Fresse. Ich will mich hier an diese, äh, Regengrinde hier hoch, ähm, bewegen und dann da hoch. Und nein, er muss ja den kompletten Weg nach oben jumpen, mir mal, äh, Ausdauer vernichten und dann, ähm, ach, super. Ah, jetzt kommt's wieder, oder? Ah, ja, klar, jetzt kommen gleich wieder die Gegner. Die Gegner. Die Gegner hat's. Ich lass jetzt dieses Mal diese Wasserflasche unterliegen, weil letztes Mal hab ich nämlich meine gesamte Ausdauer für verwenden müssen, um mich die finden kann. Ja, und, ähm, deswegen die gleich einsetzen durfte, um man auch mal wieder zu bekommen. Das war ein seltenes Mal. Das war ein seltenes Mal. Aber wir haben eine Kugel. Da, halt, schnauze. Halt, dort, schnauze. Da, das seht ihr jetzt. Seht ihr denn? Genau das meine ich. Sobald ihr eine Knarre bekommt, der Gegner, kann man die nicht im Nachkampf besiegen. Genau das meine ich. Ich verstehe den Sinn nicht. Das ist... Total dumm. Das ist echt dumm gemacht. Ja, halt mal. So, schnauze, schnauze. Komm, ins Feuer. Machen wir es eben so. Ach, es geht weg. Ja, genau. Na, los, 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 los. Warum denn? Ich drück doch hier RT wie ein blöder... Oh, was? Hä? Ich drück doch... Meine Fresse. Das ist doch echt nicht wahr. Meine Gute. Ich drück drei Milliarden mal hier RT, wisst ihr? Und jedes Mal klappt das nicht, ey. Das ist eher ein Glücksspiel, wann das klappt. Kannst du eigentlich nicht sein. Und du? Halt die Fresse. Das ist doch echt nicht normal. Meiner steht rückzieher RT. Das mache ich die ganze Zeit. Das ist echt ein Glücksspiel, wann das denn mal klappt. Das ist doch echt nicht normal. Was soll das? Das ist ehrlich. Oh, Wahnsinn. So, und jetzt? Jetzt hätte ich Leute, ich hab keine Ahnung mehr wollen. Achso, ja, hier dann. Ich bin letztens mal auch den selben Weg falsch gelaufen. Fährt mir grad ein. Naja. Ja, du darfst durch da gerne hochgehen. Das wäre sehr fruchtig von hier. Ach, die Wiederholung. Sehr wichtig. Ach ja, ich erinnere mich an diese Stelle. Die ich letzte Woche ungefähr, weiß nicht, 15 Mal machen durfte. Ach, Mann, hab ich hier so Bock. Ja, tschach, Spastiker. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Halt die Fresse. Na? Wow. Okay. Das ging jetzt ein Pfarrer als letztens. Und ich krieg hier schon ein paar Deckattacken. Ja. Wartet mal. Dann war also... ...er hier der Schisser. Und die anderen so die... ...die... ...möchtige Helden. ...die die Starken, wie es ja gleich heißen wäre, im nächsten Tipp. Hm. Okay. Jetzt muss ich leider Ausdauer opfern, weil ich brauch Leben. Dadurch hole ich mir wieder neue Ausdauer zurück. So. Das ist ein guter Ausgleich. Äh, Ausgleich. Ausgleich. Blubb. Nein, das ist guter Ausgleich. Warte, tscher, war doch... Bin ich jetzt blöde? Ich hab hier doch eben mal... ...was gesehen. Naja, dann halt nicht. So, gleich müssen die nächsten Männchen kommen. Gibt's hier was? Nee. Die nächsten Männchens müssen oben sein. Oh. Schmerzmittel, das hab ich letztes Mal... ...tatsächlich nicht gesehen. Okay. Nein, halt weiter. So, und die müssten... ...gleich hier sein. Okay, jetzt bin ich hier durch. Sollte kein Thema sein. Wenn... ...die Buttons diesmal mitmachen. Nein, nein. Öffnen. Und natürlich, war klar. Eins, zwei, drei, vier... Oh, oh. Ich gieß mal nur ein Fehlschlag. So, gibt harte Gegner. Sag's mir auch, wer der harte ist und wer nicht. Das ist auch wieder so toll. Sagen wir nicht, wer der harte ist. Okay, dann ist er schon mal... ...der harte gewesen, anscheinend. Ich möchte dich hier gerne... Ich denke, du bist zu schützig, um zu schützig. Nein, nein, komm. Ach. Ach. Okay. Oh, wamm. Komm, los. na gut machen wir es ebenso da habe ich tatsächlich eben dem stirnband erschossen das heißt der mit dem stirnband scheint wohl deine harte zu sein ja ist ja klar leute im bestehnenband sind immer die harten nur gut endlich habe ich die stelle geschafft und wir können nicht weiter so ach nein ich schon wieder so eine stelle gut 1 2 3 1 2 3 4 ach so mach auf ich werde immer wahnsinnig wenn mir hier mal mein gamepad vibriert weil wenn die ausdauer knapp wird wo man gerade am ausdauer verwenden ist also mit aktionen und so krams deiner vibriert die des gamepads ist das ist aber nur übelst pervers das gibt es hier ente kletterhagen ja das heißt dass ich gleich wahrscheinlich wieder klettern darf ich glaube ich habe Bock zurück oh das ist ein bisschen hoch so dann erstmal hier lang warte ich muss noch her oh gott oh das ist schon eine wiederum ich meine ich habe hier dort nur was gesehen oder oder täuscht das müsste ich doch mal macht ja da war es denn in der letzten sekunde ach du willst mich doch verarschen der letzten sekunde weil was ich die ausdauer doch natürlich nicht den letzten sekunden vor allem ich bin mir echt nicht sicher ob da was nun ist oder da wo ja das sind sogar zwei gute sachen wenn man meinen kletterhagen jetzt auch nicht hier an dieser stelle verwenden so wunderbar soda getränk von der hilfe kasten aber der der braucht auch nicht mehr also mit dem bischen ja das war das super wenn du jetzt glück habe kommen wir nämlich nicht mal hoch das wird so scheiße ja das war wahrscheinlich ist dumm ja richtig kommen ja 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 ich brauch die sachen da unten aber ich komm da nicht mal hoch ähm ja ja ha ha ausgetrickst du noob haha warte mal das muss ich nur noch nach oben schaffen ja was denn du warst doch schon oben ich hab nur noch eine wiederholung ich hab nur noch eine wiederholung ich hab jetzt echt keinen bock den ganzen scheiß von vorne zu machen jetzt habe ich echt keinen bock zwei kanister er wollte ich das irgendwie verarschen das muss ich noch mehr klettern scheiß kanister was ist das Obstsalat ah ja oh geil so ich verspreche euch wenn ich die kanister habe komme ich auf jeden fall wieder und dann holt ich mit die sache so wie kommen wir jetzt da zum kanister erst mal hier runter ha ok keine ahnung naja gehen wir erstmal nach unten ok Wasserflasche Wasserflasche so da können wir nach links hangeln ähm sieht man jetzt aber auch nicht so wirklich viel also dann kann man da runter und dann nach links da lang ok gehen wir es an das war scheiße kommt mädel äh junge runter ist eureri dass ich dich gerade einmal kastriert habe das wollte ich nicht was haben wir denn hier ein kanister zwei kletterhafen machen das macht mich doch gerade angst komm ich da hoch komm 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 wow 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 Okay, ne kleine Pause Bin ich hier rechts lang? Ne, ich muss noch links Und weiter, und weiter, und weiter Und angekommen Okay Mal schauen, ob das klappt Wow Alter, das war Very knapp Und jetzt? Okay Ich will Ja Es gibt noch eine Menge Und vor allem das Ding Erstmal hole ich mir den Kanister hier Und wie es hier weiter geht Erfahren wir gleich im nächsten Podcast Und hier ist ja wichtig Und hier ist ja wichtig Vielen Dank.